Hallo, ich grüße euch und möchte euch über dieses Produkt einfach berichten und zwar es geht einfach um dieses Produkt, die sich hier rechts sehen, Entschuldigung, es geht um Forever Eier und Eier und zwar das Produkt, ja, in dem Produkt kann man Aloe Vera Gel sehen und es ist auch mit Vitamin E Gemisch und Jojoba und Kokonussöl auch Gemisch und das Produkt ist einfach ein sehr gutes Produkt, weil es vermindert einfach Fälschen und dunkle Schatten unter den Augen weg, müde Augen wieder auf und rund um die Augenpartie auftragen sollte man und sanft anklopfen, auch als Lippenpflege Maske geeignet, größtüglich auf die Lippenpartien auftragen und wirken lassen sollten sie, also das ist ein sehr gutes Produkt, nicht nur für unsere Augen, sondern für unsere Augenpartie, die ein bisschen mit Falken sind, sondern auch mit Lippen und man kann auch das als Maske benutzen und das Produkt ist einfach besonders für irgendwelche Augenpartie, geatmen, winder, geschwollene Augenleider und Wegfälschen und dunkle Schatten einfach entgegen, auch als intensiv Lippenmaske kann man benutzen, wie ich oben schon gesagt habe und das Produkt ist einfach sehr gut, ich empfehle euch einfach das Produkt auch zu benutzen und anfange eure Meinung auf meine Seite einfach zu schreiben, ich freue mich einfach zu sehen Vielen Dank!